was ich gehört habe, auch was das Energiesparen generell angeht und Kostensenken ist, dass ihr montagskünftig zu habt. Ist da was dran? Wir bespielen hier so ungefähr Verkaufsfläche 11.500 Quadratmeter. Und da verdoppelt sich nochmal der Preis für Strom? Ja. Das ist eine Menge? Das ist eine richtige Menge. Wie gesagt, wir rechnen so fürs ganze Jahr. Wie gesagt, wir haben noch keine fixen Zahlen, aber so, wenn sich das so weiterentwickelt, dann werden wir irgendwo Energiekosten haben von plus minus 250.000 Euro wird sich das wohl an Mehrkosten demnächst belaufen. Ja, also die Domizil ist für uns, also würde ich mal sagen, die wichtigste Messe, die wir führen, für uns für die vierten Häuser. Du möchtest, dass dir auch deine Gäste aus der Hand fressen? Dann ist die Domizil in Husum genau der richtige Ort für dich. Die Fachmesse rund um das Thema Ferienimmobilien bietet dir eine große Auswahl an Ausstellern und Dienstleistern rund ums Thema planen, einrichten, ausstatten und vermieten von Ferienunterkünften. Sicher dir direkt dein Ticket für die Domizil in Husum. Auf ne Tasse Tee mit Arne Brodersen, Geschäftsführer von Möbel Jessen. Ja, der Handel hat ne schwierige Zeit wahrscheinlich vor sich. Oder möglicherweise auch schon seit einigen Jahren. Onlinehandel ist da, Fachkräftemangel ist da und jetzt auch noch Energiekrise. Wie sich Nordfrieslands größte Möbelschau, so wie es hier heißt, auf diesen Winter jetzt vorbereitet. Und was die Domizilmesse, die Messe für Ferienimmobilien in Husum dazu beitragen kann, dass der Winter doch noch etwas schöner vielleicht werden kann, das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Tee-Kontor Nordfriesland. Und ich sag moin Arne, schön, dass das mit uns beiden so früh am Montagmorgen geklappt hat. Moin, herzlich willkommen im Pricklum. Jawohl. Ich freue mich auch, dass du mal wieder da bist. Wir haben ja vor einigen Jahren schon mal was gemacht. Happy, jo. Wir stehen ja im reichlichen Austausch, im Kontakt immer. Und naja, wir wollen auf dem Laufenden sein. Du willst was hören von uns und wir stehen dir Rede und Antwort. Und das, was wir dir sagen können, geben wir dir gerne mit auf den Weg, damit du dir was auch verarbeiten kannst. Wunderbar, Arne. Im nächsten Jahr wollen wir ja nochmal zusammenkommen, denn da werdet ihr 70. Also 70. 70. Geburtstag wird hier ein bisschen, ne? Ja, wir sind in der Planung für das nächste Jahr. Jawohl. Wir sind nächstes Jahr 70 Jahre Möbelhandel und wollen da irgendwie was feiern. Ja. Sind jetzt in den Planungsfahrstart gerade damit angefangen und warten jetzt mal, was die Kollegen uns zu überbringen, wer jetzt was machen möchte. Aber es soll nächstes Jahr was gefeiert werden. Dann wollen wir im nächsten Jahr mal ein bisschen genauer auf 70 Jahre Möbel-Jessen eingehen. Deswegen jetzt mal aktuell, wir befinden uns in 2022, 108 Mitarbeiter habt ihr, ne? Ja, wir sind mittlerweile relativ stark geworden hier, also eine starke Bandbreite und haben ja mittlerweile 800, ne, 108 Mitarbeiter. 800 noch, aber kommst du vielleicht. Ja, ich glaube nicht, dass wir für die Region Nordfries ein bisschen viel, aber 108 ist schon eine Macht, die dahinter steckt. Ja. Und jetzt in dem Moment mit der Krise, Umsatzrückgänge und Preissteigerung ist das schon so eine Sache, wie wir das machen wollen. Aber wir versuchen alle so lang wie möglich an Bord zu halten und ja, sind natürlich auch Teilszeitkräfte dabei, die Putzfrauen gehören auch dabei, aber 108 Mann ist schon eine Nummer für Nordfriesland. Das ist eine Bank. Das ist schon mal eine Nummer für Nordfriesland. Ist schon ein großer Arbeitgeber. Du hast es angesprochen, wir wollen direkt auch zum Thema kommen. Umsatzrückgang, einfach weil der Konsument wahrscheinlich vorsichtiger ist, Wasser ausgibt. Letztendlich werden die Waren teurer, man guckt eher hin, was kaufe ich jetzt, was brauche ich wirklich. Merkt ihr das jetzt schon? Ich meine, der Winter hat noch nicht mal begonnen. Merkt ihr das jetzt schon? Also wir merken schon, die bisschen Zurückhaltung merken wir schon, wo der eine oder andere sagt, Mensch, wir warten jetzt mal, gucken mal, wie das so ist. Auch viele Neubauten, wie du das eben selber ja auch weißt, werden zum Teil zurückgezogen. Da fehlen uns so die Aufträge von den neuen Küchen, von den Möbeln. Hier funktioniert das noch, wer ja noch Bedarf hat, deckt sich jetzt noch ein, weil wir wissen ja nicht, wie die Preise nächstes Jahr noch explodieren werden. Aber wir haben schon die eine oder andere Preissteigerung dieses Jahr hinter uns und wir werden mal sehen, was im Herbst oder Winter auf uns zukommt noch. Was sind Indikatoren für diese Preissteigerung? Was ist alles passiert jetzt schon, dass auch ihr die Preise anheben musstet? Ja, wir für uns haben sie noch nicht angehoben. Wir sind dabei, um zu überlegen, wie machen wir es? Wie gesagt, wir haben im Sommer, wie gesagt, eine gute Lohnerhöhung den Mitarbeitern zur Verfügung dargestellt. Wir sind jetzt dabei und gucken, wie wir mit den Energiekosten so ein bisschen klarkommen können. Sind die schon angestiegen bei euch? Die Energiekosten sind auch bei uns schon angekommen. Sag mal, wie hoch? Mit dem Gas funktioniert das noch, aber Strom sind wir ja doch schon leicht beim doppelten Preis. Doppelter Preis? Ja. Dass ich da noch kurz drauf eingehe, ihr seid ja kein kleines Haus. Wie viele Quadratmeter bespielt ihr hier? Also wir bespielen hier so ungefähr Verkaufsfläche 11.500 Quadratmeter. Und da verdoppelt sich schon einmal der Preis für Strom? Ja. Das ist eine Menge? Das ist eine richtige Menge. Wie gesagt, wir rechnen so fürs ganze Jahr. Wie gesagt, wir haben noch keine fixen Zahlen, aber so, wenn sich das so weiterentwickelt, dann werden wir irgendwo Energiekosten haben von plus minus 250.000 Euro, wird sich das wohl an Mehrkosten demnächst belaufen. Die hat man ja auch nicht eingeplant. Ne, die sind nicht eingeplant, die sind auch nicht einkalkuliert. Das kommt erstmal aus der eigenen Hand noch. Die Preiserhöhung haben wir schon durch diverse Hersteller, die zum Teil sind auch welche dabei, die 7, 8 Prozent erhöht. haben wir. Aber wir haben auch Hersteller, die sagen, entweder zahlt es 30 Prozent mehr oder die Ware bleibt beim Händler. Also das ist schon für uns schon relativ schwierig, das umzusetzen, weil der Kunde, der 1.000 Euro hat, der gibt nicht schnell mal 1.300 Euro aus. Also das ist schon so ein bisschen zu merken, dass zum Beispiel überlegt wird, wo gebe ich mein Geld wann, wofür aus. Und wie geht ihr denn damit um, wenn euer Zwischenhändler 30 Prozent mehr auf einmal nimmt? Das muss sich ja eigentlich auf euren Preis auch auswirken. Wahrscheinlich nicht 30 Prozent, aber letztendlich muss da doch was passieren, oder nicht? Ich könnte doch eigentlich gar nicht den Preis halten. Also diese 30 Prozent setzen wir, also wenn es so ist, oder die 7, je nachdem, was der Hersteller hat, setzen wir sofort um. Müssen wir umsetzen, das ist nicht drin. Bei uns geht es eigentlich um die eigenen Kosten. Wie kriegen wir die noch in den Griff oder wo kann man da kalkulatorisch noch was sehen? Bloß letztendlich, wenn die Möbel so krass steigen und wir sagen, wir wollen auch noch ein paar Punkte haben, ja, wir wissen noch nicht, wie wir es umsetzen sollen im Moment. Ist im Moment in der Kalkulation noch nicht vorgesehen und wir sind am Rechnen, wie wir das am geschicktesten lösen können, jetzt auch mit Energiesparen. Ja, was sind Möglichkeiten? Aus so einem riesigen Haus. Wir haben jetzt als Beispiel bei uns die Lampenabteilung, die wird zum Teil jetzt, wo es noch halb da bespielt, wir haben die in der ganzen Ausstellung zum Teil mal so ein bisschen dunkle Ecken, das heißt, wir haben die Hälfte an Lampen ausgedreht. Sieht mitunter etwas traurig aus, aber es passt trotzdem noch vom Gesamtbild hier und auf. Versuchen wir jetzt so ein bisschen die Energie so ein bisschen zu sparen. Bringt das denn schon was auf dieser Fläche, wenn man aber ein paar Lampen eigentlich auslässt? Also das bringt schon, wenn du 11.000 Quadratmeter hast oder über 11.000, da bringt es schon ein bisschen was, wenn du die Hälfte an Bären schon mal rauskriegst. Sind zwar alles LED schon, aber es spart da schon. Wir haben jetzt, die Büros sind nur noch mit 20 Grad beheizt, die Ausstellung mit 19 Grad. Das war vorher wie viel? Jeweils ein, zwei Grad mehr. Macht auch einen Unterschied. Und das macht auch einen Unterschied, da wissen wir bloß noch nicht, wie sich das denn auswirkt und wie sich das denn hier, wenn im Winter mal Frost draußen ist, wie hält, ja, wie können wir die Temperatur halten? Also in der Verwaltung müssen wir sehen, dass es immer 20 Grad auch bleiben, weil die halt die sitzende Tätigkeiten haben im Verkauf. Die Verkäufer, die dann so ein bisschen sich auch bewegen auf der Fläche, können vielleicht auch mit 18 Grad klarkommen. Aber auch diese Möbel, die müssen ja diese Lederqualitäten auch eine gewisse Wohligkeit haben, damit der Kunde auch sagt, warum muss ich das teure Leder kaufen? Wenn es jetzt wie in der Lagerhalle wäre, dann wäre alles gleich. Du weißt ja, ich komme viel rum, ich höre auch immer ein bisschen was und ein Gerücht, was ich gehört habe, auch was das Energiesparen generell angeht und Kostensenken ist, dass ihr montags künftig zu habt. Ist da was dran? Nein, das ist aktuell noch nicht dran, aber wir sind in Gesprächen, wir würden es gerne machen, weil das würde uns hier im Unternehmen schon helfen. Weshalb? Wenn man den Montag zumacht, ist es jetzt auch wieder ein Tag komplett ohne Strom. Bei der Wärme ist es nicht allzu viel, was wir da sparen, weil wir den Laden ja nicht komplett runterfahren können, Heizung ausgeht nicht, aber so ein Tag ohne Strom würde uns schon helfen. Da haben wir jetzt auch Kontakt zu unseren Mitbewerbern aufgenommen und da ist im Moment so 50, 50 die Hälfte, dass man sagt, wir würden uns gerne anschließen, auch montags gerne zumachen. Gibt allerdings auch die andere Hälfte, die sagt, wir machen gar keinen Montag zu, sondern wir reduzieren so die wöchentliche Arbeitszeiten und arbeiten am Tag weniger. Und Montag wird sich anbieten, weil Sonntag ist eh dicht und dann hat man den Laden mal zwei Tage zu am Stück. Genau, das ist, man braucht dann, wir fahren ja so am Sonntag immer schon die Heizung runter und würden sie in zwei Tagen, ich sage mal, um vier, fünf Grad runterfahren und das zwei Tage nach der Reihe. Das wird schon ein bisschen was bringen, aber wie gesagt, vom Strom hier, müssen wir mal gucken, wie sich der Markt jetzt weiterentwickelt. Wir hoffen, dass irgendwann eine Preisdeckelung draufkommt. Ich meine, Gespräche laufen in diese Richtung ja gerade, aber wie geht ihr denn in der Geschäftsführung, by the way, wer seid ihr eigentlich? Ihr seid drei Leute in der Geschäftsführung und du bist der Einzige, der nicht Jessen mit Nachnamen heißt, richtig? Genau so ist es. Wirst du oft Jessen angesprochen? Nein, gar nicht. Nein, also die Nordfriesen. Ich habe so öfter mal Arne Jessen gesagt. Nein, nein, also wie gesagt, in Nordfriesland, wie gesagt, kennen sie mich relativ gut und da wissen sie auch, das läuft das meiste auch über Perdu, weil man ja viele Leute mittlerweile, auch gesagt, ich bin jetzt mittlerweile auch schon seit weit über 30 Jahren im Handel an der Küste hier tätig und habe viele Häuser da gemacht und da kennt man mich schon, aber ansonsten ist schon wichtig, die Firma Jessen, die dahinter steckt, ich sage mal, das ist ein Volkert Jessen, der das Unternehmen letztendlich irgendwann mal auf die Möbelbranche voll umgemünzt hat und auch der das alles investiert hat und gebaut hat hier im Reglum. Wie gesagt, dann haben wir Reinhard Jessen, der die ganze Verwaltung und die Personalabteilung da macht und wie gesagt, und ich mache eben den Handel vorne an der Front. Wie geht ihr drei denn oder das ganze Team auf diesen Winter jetzt zu? Seid ihr optimistisch oder seid ihr da doch schon echt vorsichtig, echt skeptisch? Ja, wir sind vorsichtig und auch optimistisch. Also, weshalb seid ihr noch ein bisschen optimistisch? Also, wollen nach vorne gucken, weil da noch, da sind ja noch diverse Bauten, die fertig gemacht werden müssen, die jetzt eben auch laufen. Es kommen auch noch einige dazu, wir haben jetzt, wie gesagt, die Ferienhäuser, wo wir auch relativ viel mitmachen, die gehen jetzt bald in die Saisonende und da haben wir die einen oder anderen auch schon an der Hand oder Objekte auch mit Küchen, wo mehr eingebaut werden sollen. Also, es sind noch gute da Gespräche, sodass wir denken, Mensch, im Herbst kriegen wir vielleicht noch einigermaßen über die Bühne. Wo es Schwierigkeit geben könnte, ist so nächstes Jahr, wenn die alle erst mal ihre Nachtzahlung gehabt haben, wo der Privatkunde dann sagt, nachher, ich warte jetzt noch mal, ja, das Sofa hält auch noch ein Jahr. Das ist so dieses, dieses Ungewisse auch, relativ positiv, wie gesagt, weil wir haben einen guten Vorlauf aus dem Sommer, der uns jetzt auch bis zum Weihnachtsgeschäft eigentlich ganz gut hinbringt. Aber bis dahin müssen wir die Fäden schon neu geführt haben, um zu gucken, wie überleben wir oder das nächste erste halbe Jahr. Bei 108 Mitarbeitern und 11.000 Quadratmetern Verkaufsfläche allein, da muss ja auch echt was gerissen werden, letztendlich. Wo seid ihr überall unterwegs? Wo seid ihr überall tätig? In Nordfriesland und Umgebung? Ja, wir haben, wie gesagt, die ganzen Inseln vor der Tür, die wir bestücken. Wir sind komplett in Nordfriesland Wir gehen bis Flensburg rüber. Wir haben den Dittmarscher-Bereich auch mittlerweile schon ganz gut bespielt mit den neuen Medien, ob da Facebook, Social Media. Also da sind wir relativ gut aufgestellt. Ja, kommt das an? Erreicht man über, dass ich soziale Medien den Endverbrauch? Ja, das wird immer besser. Wir haben jetzt seit gut einem Jahr, haben wir jetzt eine Mitarbeiterin, die nur Social Media da betreibt. Und ja, die hat schon die ersten anderen Erfolg oder Erfolge stellen sich da schon ein, die dann praktisch ihr folgen und auch mal gucken wollen, was wir so haben, was machen wir so. Aber ansonsten sind wir an der Westküste relativ gut aufgestellt. Wie viele Laster habt ihr? Nur, dass man so ein Bild hat, weil man sieht ja Möbel jetzt und doch schon häufig. Lastertransporter, wie gesagt, wir haben in der Auslieferung zehn Fahrzeuge tätig. Zehn Fahrzeuge? Die sind auch wahrscheinlich permanent unterwegs? Die sind permanent unterwegs. Es sei denn, mit der Corona-Zeit, wann haben die auch viel gestanden, weil dann viel hier Montel aus, da fällt einer aus, dann bleibt auch schon mal ein LKW stehen. Aber ansonsten, grundsätzlich sind sie, mit zehn, sind wir in der Woche, jeden Tag mit zehn Fahrzeugen nach Möglichkeit auf der Straße. Über Corona wollen wir gar nicht sprechen, das kann keiner mehr hören, aber wir hoffen mal, dass es auch nicht wieder zum großen Thema wird. Dennoch, Überleitung, Corona hatte natürlich eigentlich nur Schlechtes, aber jetzt der Bogen, dadurch sind ja auch mehr Touristen letztendlich nach Norddeutschland gekommen, die nicht weggeflogen sind, nicht fliegen konnten. Heißt, die Ferienimmobilienbranche ist ja auch hier oben gewachsen. Du hast es auch gerade angesprochen, im Herbst immer mehr, oder es werden weiter reingerichtet, hier und da. Hat sich das in den letzten Jahren nochmal mehr verändert? Ist dir das auch aufgefallen? Ja, es hat sich in dem Sinne verändert, dass auf jeden Fall die Apartments, so vom Gefühl her, die Ferienwohnungen, auch alle länger bespielt sind. Also das heißt eben, das ist kein Sommergeschäft mehr in den Ferien, sondern auch September ist gut ausgelastet, zum Teil bis in den November rein, dass unsere Modernisierungszeit, die wir eigentlich haben, was in uns im November, Dezember, Januar läuft, dass es oftmals jetzt sogar erst im Dezember oder im Januar starten kann. Durch die Auslastung der Ferienwohnungen, weil sie einfach ausgebucht sind. Wahnsinn, ne? Ja. Die fragen immer, wer will im November nach Nordfriesland? Einige. Ja, die kommen ja gerne hier, die wollen alle mal den schönen Sturm und mal Regen sehen. Das ist ja immer die frische Friese, das ist so. Also wie gesagt, wir haben ja auch viele Zweitwohnungsbesitzer, die auch nach der harten Saison, wenn sie kommen, im November auch gerne sich mal so durchpusten lassen in St. Peter, Büsum, Sylt. Also das ist dein Urlaub. Wenig Leute. Ich als Husumer muss sagen, Husum, ne? Docko? Ja, ja. Aber ist so. Genau, ist so. Ist das mehr Insel oder mehr Festland? Ja, wir sind auch schon stark auf den Inseln. Das ist das. Also Festland sind wir auch, St. Peter, Büsum. Das sind so unsere Haupteinzugsgebiete, wo auch viel Potenzial ist und auch viel Nachholbedarf noch ist. Was Ausstattung angeht und Renovierung. Genau, wo die Wohnungen noch nicht so auf dem neuesten Stand sind und da ist sehr viel Arbeit und wie gesagt, auf den Inseln ist sie so immer schon grundsätzlich. Ja. Inwiefern spielt da die Domizilmesse, die ja jetzt erneut Ende Oktober im NCC in Husum stattfindet, euch da in die Karten auch? Ist das eine gute Möglichkeit, euch da nochmal positionieren, in Kontakt mit Ferienvermietern, Vermietungsbörsen und so weiter zu kommen? Ja, also die Domizil ist für uns, also würde ich mal sagen, im Moment die wichtigste Messe, die wir führen für uns für die Ferienhäuser. Das ist einfach, da hat man die Kontakte, die man dann da kriegt. Wir kriegen auch wieder Leute, die von weiter weg kommen oder die eben hier wohnen und jede Ferienwohnung, ich sag mal, an der Ostküste haben und sagen, kann ich auch bei Jessen kaufen und wir hoffen jetzt, dass die Domizil noch ein bisschen stärker wird als im letzten Jahr. Also wir sind da wieder sehr gut aufgestellt. Wir haben so eine ganze Ferienwohnung, wie du weißt, ja komplett bespielt da und das werden wir in diesem Jahr auch wieder machen. So eine Musterferienwohnung, die man sich angucken kann, durchgehen kann und so weiter. Und da sind wir mit Lina im stetigen Austausch und das funktioniert auch gut. Wir haben das jetzt noch ein bisschen erweitert. Lina hat dafür gesorgt, dass wir einen Rollrasen da bekommen. Das heißt, also da kommt auch so ein Rasenmähervertreter, der lässt seinen Roboter laufen. Wir haben eine E-Lade, so Säule, die da installiert wird und also, dass die Fahrräder auch geladen werden können. Also dieses Drumherum, diese Ferienwohnung muss einfach stärker werden. Also auch der Partner gehört dazu. Es ist nicht bloß Möbel Jessen, sondern auch was gehört Drumherum. Wer kann wem mit bestärken oder auch mit ins Boot holen, wenn der Kunde ein Rundum- und Sorglos-Paket haben möchte. Es ist ja letztendlich nicht nur die Ferienwohnung, wie du schon sagtest. Es ist ja auch wichtig, was Drumherum ist. Danach wird ja auch wahrscheinlich aktiv gesucht. Weißt du ungefähr, was so der Touri, aber auch der Ferienwohnungsvermieter, auf was der mittlerweile Wert legen sollte oder Wert legt? Ja, der legt auf den Wert, dass er losgeht und sagt, ich habe eine Ferienwohnung, guckt euch die an und macht die einmal neu mit Elektrik, alles drum und dran, also Handwerker, Maler. Und wie gesagt, das bieten wir aus einer Hand an, nicht, dass wir alles selber machen, aber wie gesagt, wir haben Partnerfirmen an der Hand, wo wir sie mit ins Boot holen, wo dann eben der Eigentümer wenig Arbeit mit hat. Wir haben es zum Teil auch in St. Peter, dann kaufen sie eine Wohnung, aber haben gar keine Maler, keine Elektriker, keine Trockenbauer und versuchen das ein halbes Jahr, kriegen nichts. Wir fahren nach St. Peter, gucken uns die Wohnung an und sagen, das müssen wir noch gerne machen. Ja, aber wir kriegen keine Handwerker. Ja, unser Netzwerk ist so, dass wir dann kurze Gespräche führen und dann haben wir auch die Handwerker auf der Baustelle, die wir dann auch kurzfristig brauchen, weil, wie gesagt, relativ gut vernetzt sind. Sehr wichtig, ne? Ja. Wie du schon sagst, all in one, rund am Sorglos-Paket. Das Netzwerk muss da sein, das ist auch vielleicht, haben wir mitunter, wo es mal einen kleineren Auftrag hat, vielleicht eben der Elektriker einen größeren oder wie auch immer, aber spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, dass der Kunde zu uns kommt, wenn er ein Bedürfnis hat. Wie gesagt, wir wollen ihn in verschiedenen Bereichen auch wirklich unterstützen und auch helfen, also partnerschaftlich. Und nicht bloß heute was verkaufen, sondern auch in fünf Jahren wieder für ihn da sein, wenn irgendwie Nachholbedarf ist oder irgendwo eine Tür klemmt, mal einstellen. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Nicht nur der kurze Erfolg, sondern... Und partnerschaftlich miteinander das. Das zeichnet euch auch aus. Ja. Das ist eben das, was die Großen nicht wollen und auch nicht können. Ja. Aber wie gesagt, das ist für uns ein ganz großes, wichtiges Thema. Das ist interessant. Du sagst die Großen. Ja. Empfindest du euch nicht als groß so? Also wenn ich da höre, 108 Mitarbeiter, das ist natürlich für mich schon als Hungsoma, als Dorfkind groß. Aber dann gibt es natürlich auch noch mal ganz andere Häuser. Genau, es gibt ja ganz andere Häuser. Ich sage mal, hier für Nordfriesland sind wir schon groß und es reicht auch die Größe. Wir können alles zeigen. Das funktioniert wunderbar. Das ist ja auch nicht negativ. Nicht groß so sein. Nein, so ist das. Kommt drauf an, was dahinter steckt. Aber es gibt ja auch, ich sage mal, Hamburger Speckgürtel gibt es ja viele größere. Die haben dann eben auch die vierfache und fünffache Fläche. Ja. Haben allerdings eben auch eventuell nicht das gute Personal, so wie wir es hier haben. und letztendlich haben sie auch vom Sortiment ja ein bisschen mehr stehen, aber letztendlich zeigen die eben jede Garnitur vier, fünf Mal. Wir müssen mit einmal klarkommen, aber kommt man auch, wie gesagt, wenn man die richtigen Leute an der richtigen Stelle hat, dann sind wir für uns hier an der Westküste top aufgestellt und wir können fast alles erfüllen. Ich wollte gerade sagen, sonst wärt ihr nicht schon seit 70 Jahren dabei. Nein. Nach der Domizil im letzten Jahr habt ihr direkt wieder gesagt, jo, wir sind im nächsten Jahr auch dabei. Welche Gespräche, welche Kunden haben letztendlich dafür gesorgt, dass ihr wieder direkt gesagt habt, jo, wir sind dabei. Ist das der 0815-Besucher, sage ich mal, auf der Domizil, also der Ferienimmobilienbesitzer oder sind es eher die, die es eventuell noch werden wollen oder welche Gespräche? Oder sind es möglicherweise auch Gespräche zwischen Händlern oder zwischen Ausstellern, die da sind? Ja, das waren auch Gespräche zum Teil zwischen den Händlern, wobei... Es ist ja auch letztendlich eine Börse, so eine Austauschbörse. Genau, man tauscht sich ja aus, aber wenn ich so weiß, so aus dem letzten Jahr sind zwei da nicht dabei, die ich auch gerne wieder dabei hätte. Aber wie gesagt, könnt ihr eben personaltechnisch nicht bestücken, weil das auch ein riesiger Aufwand ist. Aber wie gesagt, für uns waren die Gespräche auch ganz wichtig, weil ich sage mal, alles, was letztes Jahr da gewesen ist, kauft ihr nicht gleich eine Ferienwohnung oder richtet sie neu ein. Viele haben es noch, aber auch Gespräche mit der IHK, die dann eben zu ihrem Workshop diverse Leute ranholen, dass man einfach diese Fachgespräche hat, dass in Zukunft immer mehr Leute wissen, dass wir eben auch die Ferienwohnung als Komplettlösung anbieten. Weil du kannst uns ein Haus entstellen, einen Rohbau, wir liefern den Fußboden, wir machen die Fensterdeko, wir liefern die Möbel, wir machen das Besteck. Also bei uns kannst du alles kriegen, was du für die Ferienwohnung brauchst. Brauchst dich nicht umkümmern, also läuft wirklich alles über uns und das natürlich zeigen wir natürlich wunderbar auf der Domizil und da waren viele Leute angetan und das muss, wie gesagt, weiter ausgebaut werden, damit auch der Letzte nachher weiß, dass wir Ferienlösungen komplett darstellen können. Wir beiden werden uns da sehen, denn ich moderiere die Eröffnungsshow, du bist wahrscheinlich alle Tage vor Ort, langes Wochenende. So ist das. Die Deichtdären haben wir auch gewinnen können, die auch dabei sein wird, ist auch Ferienimmobilienvermieterin. Du eigentlich auch im Privaten? Nein. Warum? Nein, ich habe keine Ferienwohnung. Ja, gut. Aber wird auch immer mehr, ne? Ja, wird immer mehr. Wird man immer weiter. Wird immer mehr investiert dafür. Sie müssen gucken, wie sich das in den nächsten Jahren jetzt ergibt. Die Bauplätze werden teuer, das Geld wird weniger wert und mal sehen, wie die weiterhin in Zukunft investieren, auch in Feriendörfer, weil auch da ist so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen die Bremse drin. Was sind Trends für den anstehenden Herbst und Winter jetzt, außer, sage ich mal, Ferienimmobilien, wenn es überhaupt Trends gibt in dieser doch spannenden Zeit? Ja, Trends in dem Sinne haben sich die letzten Jahre ja ein klein wenig verändert in den Farben oder so, aber wir haben es eben, ich nehme jetzt einfach mal diese Corona-Phase wieder zurück. Ja. Da waren weniger Messen, da gab es weniger Modelle, die bereitgestellt worden sind von der Industrie und sage und schreibe, wir sagen immer, wir müssen jedes Jahr neue Möbel haben. Braucht man nicht, weil der Endverbraucher, der kennt ja nicht mehr unsere Möbel aus dem letzten Jahr. Der kommt alle vier, fünf Jahre vielleicht mal ins Möbelhaus, wenn er irgendwas braucht und bei der Küche sogar noch länger. Also das ist immer von den Trends hier eben schwierig zu sagen, Trend ist das, was der Kunde kaufen möchte und da ist im Moment keine, ob das eine grifflose Küche ist oder Landhausküche, also das hält sich alles auch so ein bisschen in der Waage. Thema Nachhaltigkeit, wie sehr wirkt sich das auch auf euer Geschäft aus? Legt der Kunde auch Wirt darauf, Mensch, wo kommt eigentlich, wo kommen die Bestandteile her oder wie werden die eingebaut, wie viel verbrauchen die? Ist das Thema? Das ist ein Thema, ja. Auf jeden Fall, wo kommt die Ware her? Wird allerdings oftmals nochmal abgewogen, ja Mensch, ist natürlich relativ teuer, aber auch das Ausland bietet viel als Nachhaltigkeit an und ist ein Thema, absolut. Auch bei den E-Geräten, dass man guckt mit Küchen. Das wird wahrscheinlich auch nicht weniger jetzt bei den Preisen. Da sind einige dabei, die sagen, oh mein Kühlschrank, der läuft zwar noch, aber der frisst unwahrscheinlich viel Strom, den würde ich jetzt gerne schon mal austauschen. Und dann kommen natürlich auch die Fragen auf, wenn ihr jetzt einen neuen Geschirrsspüler kauft oder auch einen Kühlschrank, wie sieht es aus, kann ich nachher eine neue Küche, wenn ich fünf Jahre eine neue Kraft auch wieder mit einbauen. Selbstverständlich, auch das kann man. Also man kann jetzt schon mit der Modernisierung anfangen und einige tun es auch schon richtig gut. Eine gegenüber von euch ist eine Fläche. Ziemlich, ja, sieht nicht so schön aus, aber ist eben viel Freifläche. Und ich hatte mal gehört, da sollen Parkplätze, da seid ihr ja schon recht lang dran, dass da Parkplätze hinkommen, weil es ist ja nicht immer ganz einfach, bei euch auch raufzufahren beziehungsweise wieder runterzukommen, wegen des Verkehrs. Deswegen neue Parkplätze wäre ja schön. Wenn jetzt meine Quellen richtig sind, kommen da aber keine neuen Parkplätze hin, sondern Edeka. Ist das richtig? Genau, da hat der Plan der Edeka einen neuen Markt und das ist so, die sind relativ weit, glaube ich, jetzt mittlerweile, ich bin in dem Thema nicht so ganz tief drin, aber der Edeka-Plant da drüben, gegenüber von uns, einen neuen Markt aufzubauen. Edeka hat wahrscheinlich auch nochmal eine andere Marktmacht, möglicherweise, um das durchzubringen, auch bei demjenigen, der diese Fläche zur Verfügung stellt oder wo dran lag das? Was meinst du? Nö, ich denke, gar keine Marktmacht, die haben den richtigen Zeitpunkt abgepasst und sie sind ja mit unserer, mit unserer Fläche, wo sie bei uns mit eingemietet sind, von der Fläche her nicht ganz mehr ausreichend. Die müssen was tun, damit sie eben auch ihre Produkte in der Größenordnung auch zeigen können und daher hat sich die Fläche eben angeboten und ja, wollen wir mal gucken, wie sich das in Zukunft jetzt, so mit dem Verkehr, im Moment haben wir uns ja relativ immer gut zusammengesetzt mit der Edeka, wird auch in Zukunft so sein, weil mit Familiennissen kannst du wunderbar arbeiten, aber wie das so mit dem Kundenverlauf ist, die müssen jetzt ja, wenn sie sagen, Mensch, ich will schon mal ein Geschenk haben aus der Boutique von Jessen, laufen sie jetzt vom Edeka bloß einmal links um die Ecke oder rechts um die Ecke, dann sind sie da und jetzt müssen sie über die B5 und die B5 ist ja, weißt du ja selber, mitunter sehr stark befahren. Ja. Da müssen wir mal gucken, wie sich das in Zukunft auswirkt, wie der Kunde praktisch hier rüber zu uns kommt, der spontan geschenkt haben möchte. Letztendlich bekommt ihr dadurch aber ja mehr Fläche oder kommt da ein anderer Mieter rein? Also wir bekommen mehr Fläche, das auf jeden Fall. Und mehr Parkplätze letztendlich dadurch. Und mehr Parkplätze, die dann auch zu uns stehen, die auch für uns ja nur zur Verfügung sind. Ja. Und wie gesagt, wir sind jetzt intern am Besprechen, wie wir die Fläche dann nutzen können für uns. Ja. Am besten am sinnvollsten, mit welchen Warengruppen wir da reingehen. Aber wie gesagt, wird sich nächstes Jahr, übernächstes Jahr wird ein spannendes Jahr werden. Sowieso? Aber wie kann die Situation an der B5 denn besser werden? Also was kann da passieren? Noch eine Ampel hin? Oder wie kann dieser Verkehr da ein bisschen... Ja, wir haben ja schon zwei Ampeln. Ja, eben. Von uns einmal hinter uns, aber wenn noch eine dritte kommt, dann kommt es gar nicht mehr durch. Ja. Aber da weiß ich nicht, wie das Straßenamt oder das Landesamt, wie sie das da machen wollen. Also ist eine schmiedige Sache, weil die B5 ist hier eigentlich zu eng. Ja, das leidige Thema B5, ne? Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für 70 Jahre Möbel jetzt. Das begleitet euch ja schon eine ganze Weile wahrscheinlich dieses Thema. Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, Arne, wenn du könntest? Ja, ich würde gerne eine Tasse Tee trinken, würde ich ja gerne mal, aber die gute Person gibt es leider nicht mehr. Und zwar war das uns Uwe vom HSV, mit dem wäre ich gerne mal Tee trinken da gewesen. Da glaube ich gerne. Weil Volker Jessen aus seinen jungen Jahren auch schon mal bei ihm eingeladen waren und die hatten also einen sehr guten Draht zueinander und haben sich sehr nett auch ausgetauscht, weil er so menschlich auf der Höhe auch war und eigentlich für seinen Verein alles getan hätte. Also das wäre nochmal eine spannende Person, wo ich nochmal eine Tasse Tee mit trinken würde. Das glaube ich gerne und vielleicht auch im nächsten Jahr den Aufstieg zusammen feiern. Sieht ja jetzt ganz gut aus. Im Moment sieht es ganz gut aus. Wir warten mal, was die Rückrunde wieder zu bringen. Die brechen ja meistens ein, aber ich denke mal, der Trainer hat seine Jungs gut im Griff, haben sich gut verstärkt und sieht im Moment ja ganz gut aus. Die sollen eben auch das Quäntchen Glück noch so ein bisschen haben und vorne einfach mal das Tor machen. Und ja, wie gesagt, ich drücke dem HSV alles Gute, aber wie gesagt, ich wäre über die zweite Liga auch nicht traurig, weil es sind viele interessante Spiele. Gerade die letzte Saison war geil. Mit Bremen, Schalke, Hamburg, Lauter, alles schockt schon. Teilweise mehr als erste Liga. Genau, also die zweite Liga ist schon relativ stark, will ich mal so sagen. Aber das Oberhaus ist natürlich finanziell eine andere Sache. Aber wie gesagt, im Moment habe ich für mich nicht den Eindruck, dass ich erste Liga spielen müsste, also den HSV da sehen, weil in der zweiten Liga sind auch tolle Spiele dabei. Jawohl. Wunderbar, Arne. Ich sage vielen Dank für den kurzen Einblick und auch Ausblick, was jetzt noch passiert oder nicht. Nächstes Jahr sprechen wir weiter, dann können wir auch mal zurückblicken, was denn wirklich über Herbst und Winter und Frühjahr passiert ist. Ich drücke euch die Daumen, deinen 108 Mitarbeitern und der ganzen Firma. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tore's Tea Time. Nicht mit Arne Jessen, sondern mit Arne Brodersen von Möbel Jessen. Genau, so war das. Tore, vielen Dank. Sehr gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns gesund und munter im Frühjahr wieder, dass wir weiterhin an den Sachen arbeiten können und ich gehe mal davon aus, dass wir gut durch den Winter kommen werden. Toi, toi, toi. Ja, danke schön. 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 Ja, danke schön.